Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie hiermit recht herzlich zu einem meiner neuen Videobeiträge hier bei mir. Ich möchte Ihnen heute die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen einem wahren Gebäude und einem Lügengebäude erklären. Was ist mit solchen Gebäuden überhaupt gemeint? Zunächst sind es schlicht und ergreifend einfache gedankliche Konstrukte und diese sind zielgerichtet. Im Gegensatz zur Grübelei zum Beispiel, auch hier können gedankliche Konstrukte vorhanden sein, aber die sind eben nicht so zielgerichtet wie die Lügengebäude bzw. die wahren Gebäude. Kommen wir zunächst erstmal zum Lügengebäude. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wozu dienen Lügengebäude? Ich muss mal kurz erklären, wo finden wir eigentlich Lügengebäude schlicht und ergreifend überall, wo gelogen wird. Zum Beispiel, wir sind ja hier im Bereich der Kriminalität, Traumakriminalität im Alltag. Sie überschneiden sich die Grenzen zwischen pathologischem Verhalten und kriminellem Verhalten. Generell sind die im Kernbereich sehr, sehr, überschneiden sie sich doch sehr weiträumig. Und Lügengebäude, die finden wir zum Beispiel in Vernehmungssituationen. Hier dient die Errichtung eines Lügengebäudes zum Beispiel der Tatverschleierung. Es soll ein gewisses Tatziel erreicht werden, zum Beispiel die Erlangung von Informationen. Könnte zum Beispiel das Ziel eines Lügengebäudes sein. Oder auch bei Betrugsdelikten zum Beispiel, wenn ich hier mein Nachbar die Hucke voll lüge, irgendetwas erreichen möchte, dann habe ich ein gewisses Tatziel. Lügengebäude werden in der Regel von natürlich ganz klar kriminellen Personen entworfen, aber auch Personen mit Persönlichkeitsstörungen. Vor allem hier die antisoziale Persönlichkeitsstörung, die ist nahezu prädestiniert fürs Lügen. Die kennen das nicht anders. Das ist einfach gelerntes Verhalten, oft aus dem Modell Versuch und Irrtum heraus. Am Anfang war man nicht so gut im Lügen. Man hat sich dann etwas mehr spezialisiert, die Sache ein bisschen mehr ausgefeilt, später die Sache perfektioniert und schon ist man ein perfekter Lügner und baut ganz, ganz tolle Lügengebäude. Und Lügengebäude, die erfordern ein sehr hohes Maß an Selbstkontrolle. Ja, vor allem hier auch die Kontrolle der vegetativen Parameter, wo man hier nur unvollständig Zugang hat, weil das durch das vegetative Nervensystem, das autonome Nervensystem gesteuert wird. Ja, zum Beispiel Puls, den können wir nicht einfach so mal eben schnell regulieren. Das macht unser autonomes Nervensystem. Aber zum Beispiel die Atmung, die können wir kurzzeitig kontrollieren. Und wenn wir anfangen zu lügen, oder wir werden Dinge gefragt, wir müssen auf eine Antwort, also auf eine, wir müssen hier eine falsche Antwort gehen, wir wollen lügen. Da ist es manchmal so, da beschleunigt sich der Herzschlag, ja, also Pulsatmung, ja, und die Atmung, die kann ein Lügner kurzzeitig kontrollieren. Ja, und wie gesagt, das Errichten eines Lügengebäudes erfordert ein sehr hohes Maß an Selbstkontrolle, aber auch ein sehr hohes Maß an kognitiver Flexibilität. Was ist damit gemeint? Zum Beispiel der Lügner, der muss ein ganz gutes Kurzzeitgedächtnis haben, ja, er muss ja das, was er gelogen hat, muss er sich merken, um es dann später mit anderen Aussagen so zu vergleichen, dass die Täuschung nicht aufliegt. Ja, ja, weiterhin muss auch der, muss der Errichter, der Konstrukteur eines Lügengebäudes, der muss ein, ein sehr schnelles Antwortverhalten an den Tag legen. Also wenn sich der Lügner Zeit lässt beim Überlegen und er befindet sich in einer Vernehmungssituation, da kann natürlich der, der, der Polizeibeamte, der Kriminologe, wer auch immer da sitzt, der kann da jetzt schon hellhörig werden. Ja, um das alles zu vermeiden, muss der Lügner ein sehr hohes Maß an Selbststeuerungsfähigkeit haben. Wichtig ist, Lügengebäude sind schlicht und ergreifend ganz starre Konstrukte und hier wird halt eben versucht, eine künstliche Bindung zur Außenwelt oder zur Realität herzustellen. Wir nennen das auch sogenannte Realitätsbrücken. Und die Wahrheitsaussagen, die können, Entschuldigung, die variieren nicht, im Gegensatz zu jemandem, der die Wahrheit sagt. Da ist es ganz anders. Der formuliert seine Antworten ganz beliebig, um ohne sich groß Mühe zu geben. Warum? Er braucht dieses Maß an kognitiver Flexibilität nicht. Der erzählt die Geschichte so, wie es ihm gerade einfällt. Wenn er sie dann nochmal erzählen muss, fallen ihm ganz andere Dinge ein, die er gänzt da einfach, ohne dass er sich anstrengen muss. Ein Lügner muss sich das alles merken. Er muss alles logisch, korrekt zurechtlegen. Denn das Lügengebäude, das soll ja auch bestehen bleiben. Jemand, der die Wahrheit sagt, der muss sich nicht verstehen. Der ist einfach so, wie er ist. Und es steht natürlich dann auch in diesem Zusammenhang viel mehr freie Energie zur Erzählung zur Verfügung. Kommen wir mal zum Wahngebäude. Wie ist es da? Da ist es ein bisschen anders. Wo treffen wir zum Beispiel auf Wahngebäude? Ganz klar, bei Personen, die an einem Wahn erkrankt sind. Vor allem hier der sogenannte systemische Wahn. Wahn, können begleitend bei einer Schizophrenie sein, aber auch isoliert auftreten bei der normalen wahnhaften Störung zum Beispiel. Jetzt gibt es verschiedene Wahnformen. Es gibt zum Beispiel den Beziehungswahn. Hier habe ich ein paar Beispiele mal herausgearbeitet. Beispiel für Beziehungswahn. Wenn wir jetzt zum Beispiel Fernsehen schauen oder der an Wahn erkrankte, der schaut Fernsehen, sieht gerade die Nachrichten. Und da ist gerade eine Rede von der Kanzlerin. Ja, und hier kann es zum Beispiel umgedeutet werden. Ja, die Kanzlerin, die spricht im Fernsehen jetzt nur von mir. Sie hat mich erkannt. Und die Botschaft, die sie, was weiß ich, Silvesterrede, die sie da gerade aussehen, eigentlich für alle Leute aus Deutschland, bezieht jetzt der Wahnsinnige, der unter Wahn leidende jetzt nur auf sich. Ja, der sogenannte Beziehungswahn. Das ist jetzt alles nur für mich, die ganze Rede. Oder der Bedeutungswahn zum Beispiel hier, der Regenbogen. Ja, der Regenbogen, stellen wir uns mal vor, es ist irgendwo ein Regenbogen, hat gerade geregnet. Das kann ja vorkommen, das muss man ja nicht gleich wahnsinnig sein, aber der unter Wahn leidende, der sagt jetzt zum Beispiel, der Regenbogen, das ist ein Zeichen Gottes und jetzt hat er einen Auftrag für mich. Ja, also Bedeutungswahn. Also ganz einfach, Regenbogen kann hier zum Signal Gottes werden. Da gibt es noch den Beeinträchtigungs- und den Verfolgungswahn. Der tritt oft bei der paranoiden Schizophrenie auf. Ja, zum Beispiel, ja, der Nachbar hat es auf mich abgesehen. Ja, da gibt es den Eifersuchtswahn, kommt auch bei Alkoholikern vor, ja, männlichen Alkoholikern, ja. Meine Frau, die geht doch bestimmt fremd, ja, das hier hirnorganisch zu erklären, ja. Gibt auch den sogenannten Liebeswahn, bitte nicht verwechseln. Eifersuchtswahn, Liebeswahn sind zwei völlig verschiedene Sachen, ja. Beim Eifersuchtswahn attestiere ich, wenn ich jetzt wahnhaft bin, meiner Frau zum Beispiel, dass sie fremd geht. Beim Liebeswahn ist es was ganz anderes. Da kann der Betroffene sich denken, was weiß ich, Claudia Schiffer, Claudia Schiffer, die liebt mich, aber sie ist schlicht und ergreifend einfach viel zu schüchtern, es zuzugeben. Wenn ich sie im Fernsehen sehe und sie lächelt in die Kamera, dann ist das Lächeln auch nur für mich. Also man merkt auch diese verschiedenen warmen Formen, die überschneiden sich, ja. Also da gibt es kaum eine Wahnform, die isoliert dasteht, ja. Dann gibt es noch gewisse Wahnthemen, ja. Und hier ist der Bezug zum Wahninhalt ausschlaggebend, ja. Gibt es zum Beispiel Wahnthemen in Bezug zur Selbstwertsteigerung oder der Minderwertigkeit beziehungsweise sind wir so gegensätzliche Paare, Autonomie, Selbstständigkeit oder Ausgeliefertsein beziehungsweise Zugehörigkeit und Ausgrenzungsgefühl. Und dieses Wahngebäude, wenn wir jetzt wieder auf das Thema Wahngebäude zurückkommen, dann ist es so, die Präsentation der Geschichte ist oft geheimnisvoll, ja. Es kommt zur sogenannten Wahnstimmung, im Gegensatz zum Lügengebäude, der Lügner, da muss man das Gespräch oft so ein bisschen ankurbeln, ja. Jetzt erzähl doch mal, wie war denn das, ja. Und er rückt nicht so gleich mit der Sprache raus, weil er erst mal beim Erzählen ist, dann erzählt er halt eben seine Lüge, ja. Es herrscht keine Geheimniskrämerei, der erklärt ihm einfach mal die Wahrheit, in Anführungsstrichen, weil er einfach ehrlich zu ihm sein möchte. Nein, er lügt ihm natürlich die Hucke voll, ja. Beim Wahngebäude ist es was ganz anderes, ja. Hier ist es so, es herrscht zwar eine geheimnisvolle Präsentation, aber man muss das Gespräch nicht ankurbeln. Es ist im Prinzip so, dass ich kenne das bei mir aus dem Beruf, manchmal kommen dann die Leute und sagen, ich muss ihnen mal was erzählen, dann werde ich schon hellhörig, wenn es dann so, wenn dann diese Stimmung herrscht, ja. Und dann präsentieren die einen das ganze Wahngebäude, ohne dass man da irgendwie groß nachfragen muss, ja. Also es wird ein nahezu schon fast aufgedrängt, ja. Der erste Unterschied zwischen einem Wahngebäude und einem Lügengebäude, Lügengebäude, das muss man dem Lügner ein bisschen herauskitzeln, gerade weil er Angst hat, erwischt zu werden, im Gegensatz zu dem, der an Wahn erkrankt ist, der drängt ihn das Gebäude auf. Er möchte sie ja auch oft bekehren von der guten Sache. Er ist durch das System durchgeblickt und jetzt möchte er ihnen natürlich auch die frohe Botschaft zuteil werden lassen. Ja, ich habe hier mal so ein Beispiel ausgearbeitet eines Wahngebäudes. Moment, nehmen wir an, wie vorhin das Beispiel, Regenbogen am Himmel, ja. Es ist ein Regenbogen am Himmel zu sehen und jetzt haben wir jemanden, der hat, der ist wahnsinnig, ja. Und er deutet die ganze Sache jetzt um, ja. Erstens, ganz klar, also jetzt ein fiktives Beispiel, der Regenbogen ist nicht einfach nur ein Regenbogen, nein, der Regenbogen ist ein Zeichen Gottes, also Bedeutungswahn, ja. Also es ist nicht einfach ein Regenbogen, wo wir aus der Physik, wer aufgepasst hat, wir wissen, dass sich die Sonnenstrahlen brechen, dann ihr Farbspektrum, ihr Farbspektrum offenbaren, ja. Ja, hier ist es so, der unter Wahnleidende, der sieht das jetzt als Zeichen Gottes. Und natürlich ganz klar, Gott hat, ich interpretiere weiter, Gott hat diesen Regenbogen als Zeichen an mich gesandt. Ja, hier haben wir als Wahnthema die Wertsteigerung. Er hat nicht irgendjemanden diesen Regenbogen gesandt, sondern er bezieht es auch auf sich. Ich bin der Auserwählte Gottes, ja, mir hat er den Regenbogen gesandt, ja. Und Gott befiehlt, was soll ich tun, sende mir doch ein weiteres Zeichen. Also hier einmal kann das sein, das Wahnthema ausgeliefert sein, ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt hast du mir schon Zeichen genannt, bitte gib mir noch eins, was soll ich tun. Also die Handlungsfähigkeit ist hier eingeschränkt, Selbststeuerungsfähigkeit ist eingeschränkt, ja. Man bezieht sich weiter auf den Wahn. Dann fängt es auch noch an zu regnen, es kommt zur weiteren wahnhaften Hinein, hineinversteigern, hineinsteigern. Ja, also es fängt jetzt zu regnen an und natürlich ganz klar, Gott segnet mich mit seinem heiligen Wasser. Er tauft mich und mein Volk für das, was kommen wird. Ja, könnte jetzt eine Interpretation eines Wahnsinnigen sein. Ja, auch hier das Wahnthema, hier die Zugehörigkeit, ja. Wir haben das Zeichen empfangen, wir wurden gesegnet durch das heilige Wasser Gottes. Ja, und jetzt sind wir auserwählt, das auserwählte Volk und machen jetzt eine kleine Apokalypse-Revolution irgendwas, ja. Apokalypse-Revolution, Sie merken jetzt wahrscheinlich vielleicht so ein bisschen, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ja. Wir kommen zu dem Bereich der Verschwörungstheoretiker. Auch die Verschwörungstheoretiker, die sind ja, die sind ja absolut fantastisch in Sachen Errichten von Wahngebäuden. Das ist ja Wahnsinn, ja. Also ich habe hier mal so ein paar Beispiele aufgeschrieben. Zum Beispiel der Chemtrail-Wahn, sage ich jetzt mal, ja. Ich interpretiere das hier mal, ja. Also die Flugzeuge, die stoßen chemische, also ich habe das aus dem Internet, ja, ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Flugzeuge stoßen chemische Aluminiumverbindungen aus, um die Bevölkerung zu manipulieren. Elite-Personen haben dazu den Auftrag erteilt, um das Volk unter Kontrolle zu bringen. Ich verarsche Sie nicht, das glauben die wirklich. Und diese Verbindung, diese Chemtrail-Verbindung, kommen jetzt über die Luft, werden von der, über die Lunge absorbiert und wirken jetzt auf unser Nervensystem. Und die Folge ist die Elite, die wenigen Auserwählten, die natürlich keiner kennt, die kontrollieren jetzt das Volk. Ja, wir schauen mal ganz genau, was ist hier an Wahn zu finden. Wir haben ja erstmal den Beeinträchtigungswahn, ja, ganz naheliegend zum paranoiden Verfolgungswahn, ja. Also es ist nicht irgendetwas, was uns schadet, sondern die Chemtrails, also diese Kondensstreifen in der Luft, wenn da so ein Flugzeug fliegt, ja, die sollen uns schaden. Ja, so Beeinträchtigungswahn, ja, aber auch, wir finden hier einen Beziehungswahn, denn nicht irgendjemand will etwas von uns, sondern die Eliten. Das ist nicht der Nachbar oder der Bäcker, nein, die Eliten, die möchten etwas von uns, sie wollen uns kontrollieren. Und natürlich hier auch zu guter Letzt der Bedeutungswahn, ganz einfache Kondensstreifen vom Flugzeug werden umgedeutet, ja, das sind jetzt Chemtrails, ja. Also Verschwörungstheoretiker, die ja diesen Chemtrail-Wahn anheimgefallen sind, das ist schon krank, das muss man mal ganz offen sagen, ja. Ja, und das Wahnthema haben wir natürlich auch, hier der Zugehörigkeitswahn, ja, also ein von den Eliten auserwähltes Volk, wenn zwar auch nur zur Kontrolle, aber dennoch von den Eliten auserwählt, davon nicht vergessen, ne. Aber auch das Ausgeliefertsein als Wahnthema, ja, denn Chemtrails, wenn die erstmal in der Luft sind, da kann man die nicht mehr stoppen, wir können jetzt kein Netz nehmen, die einfangen, die Chemtrails, ne. Ja, wir sind ausgeliefert der Willkür der Chemtrails, beziehungsweise der Willkür der Eliten, die uns armes Volk natürlich zur Kontrolle auserwählt haben. Ja, natürlich auch hier die Minderwertigkeit als Wahnthema, denn die Chemtrail-Verschwörungstheoretiker sehen sich ja selbst als Opfer des elitären Systems, ja, die sitzen an der Spitze, ja, wir können nichts dafür, wir müssen hart arbeiten, wir sind die Opfer und sollen jetzt nun auch noch kontrolliert werden. Natürlich kommt es natürlich auch hier zur Aufwertung im Wahnsystem, ja, zur sogenannten, man nennt es wirklich so Elite-Denken, ja, also ganz spezielles Denken, das spezielle Wissen, was nur die Verschwörungstheoretiker haben, ja, nach dem Motto, ja, wir, wir haben jetzt das System durchschaut. Mit diesem Durchschauen des Systems geht natürlich auch ein Missionierungsanspruch her, das ist das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Wahngebäude, ja, wer jetzt hier so ein Wahngebäude hat, der drängt das den anderen Leuten schlicht und ergreifend auf, im Dienst der guten Sache. Man möchte gerne seine Mitmenschen bekehren, damit sie auch ein gutes Werk tun und endlich nun mal das System genauso durchblicken, ja. Es geht weiter, es gibt verschiedene Wahn, sagen wir mal, Themen, kommen wir mal zum Corona-Wahn, auch das hat ja, nimmt ja wahnhafte Züge an, ja. Hier habe ich auch so ein bisschen mal was ausgearbeitet, also, wie gesagt, es ist nicht auf mein Mist gewachsen, das ist, man findet es im Internet, ja, bei Berichten, bei YouTube, schauen Sie einfach mal hin, Das, was die Leute sagen, das glauben die tatsächlich wirklich, ja, also, die Personen, die dem Corona-Wahn anheimgefallen sind, die glauben tatsächlich, Impfungen, durch Impfungen möchte man dem Volk Nanobots, das sind Mikro-Millimeter-große kleine Roboter, Ja, möchte man den Leuten Nanobots und Chips implantieren, ja, also kleine Computer-Chips, ja, und sind diese Chips erstmal, und diese Nanobots und diese Chips erstmal implantiert, dann hat die Elite, wieder, ja, die Elite, ja, die volle Kontrolle über das Volk. Was kommt dann als Ergebnis heraus, ja, was können die Eliten jetzt alles kontrollieren? Ganz klar, Standortbestimmung, Mind-Controlling, ja, Gedankenkontrolle, Vital-Parameter, sogar Wahlmanipulation kann dann mithilfe dieser Chips und Nanobots betrieben werden, ja, mit die Leute, die Elite wieder gewählt wird, ja. Haben wir auch hier als Wahnform den sogenannten Beeinträchtigungswahn, das ist nicht einfach irgendeine Impfung, nein, die Impfung, die soll uns ja schaden, ja, genau wie die Campion, Trades uns schaden sollen, ja, jetzt möchte die Elite durch die Impfungen uns Böses übel, ja, auch hier haben wir einen Beziehungswahn, der ist sehr ausgeprägt, ja, denn auch hier sind es schon wieder die Eliten, die keiner kennt, ja, auch die Politiker gehören ja gar nicht zu den Eliten, das sind ja auch nur Marionetten, ja, die sind vorgeschaltet, ja, und dahinter stecken unbekannte Personen, ja, die haben ganz viel Geld, ganz viel Macht, ja, und die wollen natürlich auch etwas von uns armen Leuten, die möchten schlicht und ergreifend hier die Kontrolle, ja, Gedankenkontrolle und Wahlmanipulation, alles so ein Kram, ja, und natürlich ist auch hier bei dem Corona-Wahn ein Bedeutungswahn implementiert, natürlich hier ganz klar, es ist nicht einfach ein Medikament, was uns hilft, die Krise zu überstehen, Nein, nein, die Impfung ist ja oft auch tödlich und auch hier ganz klar, immer wieder eigenartigerweise sind es vor allem die Kinder, die sterben, wie bei, das habe ich jetzt nicht ausgearbeitet, was war denn das, QAnon, das sah aus, eine total irre, irre Geschichte, ja, die glauben, die UNICEF entführt Kinder, auch wieder für die Elite übrigens, ja, die keiner kennt und sind die Kinder entführt, dann werden die erstmal, erstmal werden die Sexe missbraucht, ganz wichtig, dann werden die getötet, da wird das Blut, da werden die ausgeblutet, dann trinken die Eliten das Blut, um unsterblich zu sein. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja, haben wir auch wieder alle Wahnformen und Wahnthemen. Ja, wichtig ist, verbinden sich jetzt verschiedene Wahnvorstellungen, also Chemtrades, Impfung und QAnon und von mir aus, ja, dann entstehen richtig komplexe Wahngebäude und diese Wahngebäude, die spiegeln letzten Endes das krankhaft, schon schizophren verzerrte Weltbild der betroffenen Leute wieder. Ganz klar, man fühlt sich auserwählt, die Weltordnung zu stürzen, das ist das Gefährliche, ja. Diese Leute bleiben nicht in ihrem Wahn, in ihrer autistischen Wahnkapsel, wie es zum Beispiel bei der Schizophrenie ist, das ist auch ein Begleitnissymptom, der Autismus, nein, die präsentieren ihren Wahn gern nach außen, ja, sie möchten gerne die Weltordnung, die bisherige Weltordnung zum Stürzen bringen, ja, und im Kampf gegen das Böse wird man dann selbst aufgewertet, man wird selbst zum Heiligen, zum Märtyrer, aber auch natürlich zum Opfer, zum Verfolgten, aber auch zum Helden. Na, wem gefällt denn, welchem Wahn, welchem am Wahn erkrankten gefällt denn so eine Rolle nicht, ja. Wichtig ist, wir sind ja bei der Unterscheidung Wahngebäude, Lügengebäude, oft sind Wahngebäude nicht von Lügengebäuden auf den ersten Blick zu unterscheiden, ja. Kommen wir noch mal auf die Lügengebäude zurück, in den Gesprächen, zum Beispiel Vernehmungssituationen, da ist es so, da lassen die Beamten oder die Ermittler die Personen das Lügengebäude aufbauen, ja. Erzählen sie doch erst mal und dann wird da erzählt, man muss ein bisschen nachhaken. Und am Ende, wenn das Lügengebäude steht und der Lügner ist sich seiner Tat selbst sicher, er denkt, mir kann jetzt keiner mehr was, dann zieht der Beamte, die beim Kartenhaus, durch ein, zwei Fragestellungen in der Karte raus und das ganze Ding, das Lügengebäude, wird zum Einsturz gebracht. Und übrig bleibt schlicht und ergreifend das Geständnis, gerade weil der Konstrukteur des Lügengebäudes genau weiß, dass es sich hierbei um eine Lüge gehandelt hat. Beim Wahngebäude sieht das etwas anders aus, meine sehr verehrten Damen und Herren. In Gesprächssituationen, habe ich schon mal gesagt, wird einem das Wahngebäude nahezu aufgedrängt. Im Gegensatz zum Lügner, wie gesagt, da muss man das Gespräch oft ankurbeln. Hier ist es so, um alles in der Welt korrigieren Sie nicht das Wahngebäude durch Nachfragen von außen. Das Wahnsystem, was hier zum Tragen kommt, das verdichtet sich und dadurch wird das Wahngebäude noch viel komplexer. Also ziehen Sie, noch mal zur Wiederholung, ziehen Sie beim Lügengebäude durch eine geschickte Fragestellung, wie beim Kartenhaus eine Karte weg, bricht das Lügengebäude zusammen und die Realität tritt aus den Trümmern hervor. Ziehen Sie beim Wahngebäude im metaphorischen Sinne jetzt die Karte raus, ja, dann verdichtet der Wahnsinnige den fehlenden Teil und das Gebäude wird stabiler als vorher. Deshalb, um alles in der Welt versuchen Sie einen Wahnerkrankten nie seinen Wahn auszureden. Auch Verschwörungstheoretiker, die haben Wahnvorstellungen, hätte man, solche Leute hätte man, glaube ich, in den 70er, 80er Jahren, hätte man die erstmal eingesperrt. Sie können ganz ehrlich sagen, die wären beim Psychiater auf der Couch gelandet, ja. Also erstmal zur differenzialdiagnostischen Abklärung, ob da nicht noch irgendwas Ernsthafteres dahinter steckt, ja. Heute ist man da viel großzügiger. Meiden Sie es, Verschwörungstheoretikern eine Bühne zu geben, ist ganz wichtig. Denn Verschwörungstheorien lebt von der Präsentation, von der Außenwirkung, vom Prestige und natürlich von der sozialen Anerkennung. Und je mehr Leute mitlaufen und das glauben, umso mehr wird der Wahn präsentiert, wie eine Art Virus, ja. Das verbreitet sich, ja. Ja, Verschwörungstheoretiker, die gehören in die Klapsmühle, ja. Das kann ich jetzt nicht mehr schönreden, ja. Leider ist es so, oder ich sage es mal anders. Würden wir alle Personen, die unter einem Wahn leiden, einer psychiatrischen Behandlung zuführen, hätten wir ein arges Problem, denn wir hätten kaum noch einen Menschen auf der Straße, ja, würden wir kaum noch einen Menschen auf der Straße zu Gesicht bekommen, ja. Also, Unterschied, Wahngebäude, Lügengebäude, ja. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns beim nächsten Mal zu einem neuen Videobeitrag hier bei mir. Vielen Dank.